Dreh ich das mal alles so richtig? Ha! Ha 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 ha! Fast wie Magie. Wo kommen all die Korridore her? Mein Kopf tut jetzt schon weh. Äh. Ich muss weitermachen. Er muss jetzt eben auch nicht wahr. Er muss jetzt zu Zerwinnen abschießen. Oder auch nicht? Du musst jetzt weitermachen. Okay, mach weiter. Wie gut, dass das Spiel mir das nicht sagt! Wie gut, dass der Doktor runterrutscht. Dies ist das mobile Unit-Einsatzkommando. Alle Bürger werden umgehend evakuiert. Okay, hier komme ich nicht lang. Bitte begeben Sie sich zu dem Ihnen zugewiesenen Sammelpunkt. So, ich komme jetzt erstmal zurück in die Zukunft. Mhm. Tu das. Äh, so. Land an Gegenwart. So, ich komme schon, Edler. Äh, so. Ergibt euch oder ihr werdet geleistet werden. Dankeschön. Äh, achso, hier müssen wir, glaube ich, mit, äh... Ne, hä? Ne, ich komme schon, ich komme schon, ich komme schon. Ich glaube, du musst hier mit deinem Sonic Screwdriver... Wir müssen das schwächste Glied finden. Na, kleiner Schuss mit dem Schrauber. Wenn ich gut ziele, kann ich die Kette mit meiner Pistole zerschießen. Äh, schieß, ich schieße doch mal drauf. Das kann man jetzt nämlich verschieben, glaube ich. Ja, das kann man verschieben. Kannst du nicht ziehen? Ach, nein, nur verschieben. Ich muss mal, ich muss, ich muss eine andere... Verdammt, ich muss... Sieht sehr witzig aus, glaube ich. Na, Doktor. Weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Ist weit genug. So, hier kommt man drauf. Die Sertan, gerade erst verlassen. Sie müssen sich den Fahrer direkt bei der Arbeit geschnappt haben. Heißt das, dass die Schlüssel noch stecken? Kann ich auch nach rechts hübschen? Ich kann ja noch nach oben fahren lassen. Wow. Sammle mal ein. Und jetzt? Ich lasse mich erstmal wieder runter hier. Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an das Unit-Personal bei den Barrikaden oder wählen Sie 8, 6, 4, 8 und verlangen Sie nach Captain Bell. Ah, ich kann das nach links fahren lassen. Jetzt kommst du nicht hoch. Wollte gucken, ob das so funktioniert. Es wird alles wunderbar. Ja, gut, gut. Und da kann das ja auch wunderbar fahren. Ja, also es ist schön. Ja, das ist wunderbar. Das ist, äh, runter! Dankeschön. Bitteschön. Lass du ruhig Zeit. Ich dachte, du kannst es vielleicht mit mir wegfahren. Das geht sogar, willst du? Ich glaube, das musst du sogar. Guck mal. Wie willst du sonst rüberkommen? Naja, ich lasse das Ding da gleich wieder runter. Aber es ist eine witzige Idee. Geh mal drauf. Ah. Solltest du schon draufbleiben. Ja. Habe ich vor. Ja, geh drauf. Ah. Ja, hör mal. Also, das gehört auf jeden Fall auf die Top-Tennis, was man im Leben auf jeden Fall machen sollte. Stahl-Träger-Tran fahren. Guck mal, jetzt lass ich dich runter. Und ich kann einfach rüber. Schnell über den Träger. Schnell über den Träger bist du schon voraus. Die Stadt hat viel durchgemacht. Sieh dir nur St. Paul an. Die deutschen Luftangriffe. Nacht für Nacht Bombenabwürfe. Und kaum ein Kratzer. Was sind denn die Noten? Ich sehe hier gar keine Noten. Nicht zu schreien. Schalten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein und warten Sie auf Anweisungen. Was ist das? Wir können das Fensterputzergerüst benutzen, um runterzukommen. Fahrstuhl gefällig. Immer doch. Herr Doktor. Alle Menschen, die sich gegen das Upgrade wehren, werden gelöscht. Ha, wir haben sie erfolgreich ausgetrickst. Die Erde wird den Cybermen gehören. Ihr werdet abgegradet werden. Der Doktor bleibt aber auch mal vorstehen. Achso, ich kriege eine Anweisung. Jetzt möchtest du nicht in meine Haut stecken. 3D. So, in die Höhle des Löwen. Was los? Ich hasse Orte für diesen. So alt. So brutal. Ich habe es gleich. Moment, Moment. Moment. Musst du nicht mit dem da rein einfach nur? Ah, guck mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Danke. Das habe ich nicht gesehen gehabt. Cyber-Lager-Einheiten. Da. Wir müssen das beenden. Komm schon. In das Zentrum des Schiffs. Das Befehls-Signal des Cyber-Planners wird stärker in dieser Richtung. Diese Tür ist thermionisch versiegelt. Es muss irgendwo Doppelsteuerungskonsolen geben, um sie zu öffnen. Wir müssen uns aufteilen, wenn wir auf die andere Seite wollen. Thermionische Leitungen. Ein kleiner Schuss. Oder ein bisschen Schallschrauben. Und schon ist die Sache gemeistert. Und wir können dran hochklettern. Klingt doch einfach. Bloß ich den erwähnen. Wen soll ich nicht erwähnen? Den Master. Meister. Nicht Master. Dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. Cyber-Mats. Oh, ich frage mich, ob sie beide die kennen. Ich gehe denen besser aus dem Weg. Übler kleiner Stromstoß. Moment. Oh Gott. Doktor. Oh Gott. Können wir nachher wenden? Oder auf die Machenschaden. Verarbeitung wird fortgesetzt. Ich werde mal hoch. Muss ich hier lang? Was? Boah, es gibt zwei Wege, wenn wir sagen. Ich warte auf dich, mein Süßer. Also hier gibt es noch ein Secret. Wer ist hier? Ich spreche die Dinge immer drauf. Also ich komme mal rüber. Oder? Krieg ich das was? Ich glaube, es gibt zwei der Dinge und... Ne, drück mal. Ne, ich kann dir nichts machen. Ja, es gibt zwei von den Teilen. Ach Gott, wo ist denn der zweite? Gucken wir mal. Muss ja irgendwo sein. Na, dann muss da jetzt auf jeden Fall hoch. Da war aber nichts. Das will das Spiel dich nur glauben machen. So, Viech, geh runter. Dankeschön. So, rüber. Dann. Komm mal, noch mehr hier. Dann dich immer runter. Na, ich bin übrigens gleich tot. Hä? Gibt's da unten? Ach. Guck mal. Moment. So. Äh, das kommt da hin. Das kommt... So. Das war knapp. So. Na, komm, komm. Oh, wegen den zwei Pixeln stellt das Spiel sich jetzt so an. Ja. Da. Das Spiel ist nur bitch. Zack. Äh, bitte keine Viecher. Hier oben. Ich sehe schon das Viehs hochintelent. Oh, oh. Das kriegt mich nicht. Dafür bin ich zu hochentwickelt. So wird zu hochentwickelt. Ja. Äh. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Ach, was? Äh, die Roten nicht durchlassen, die Weißen durchlassen. Ach so. Oh, 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 oh. Wie war das mit hochentwickelt? Ja. Ein Secret. Nö. Toll, ich hätte da durchgekonnt. Ja. Ich fühle mich wieder wie damals im Zug, als ich vor der offenen Tür stand. Und... Och. Geh auf. Und irgendwann nach so 10 Minuten meinte der Mann so in dem Abteil so, es ist offen. Ich denke mir so... Oh, ich hätte den... Ich habe den Fall schon den Weg genommen. Immerhin, ich bin vollgehealt. Das heißt, ich kann nicht sterben. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Bin da. Hi. Hi. Ein Dringling entdeckt. Schadron unterwegs. Verarbeitungseffizienz neu berechnen. Termionische Brücken deaktiviert. Aktivitäten des Ein Dringlings unterbunden. Verarbeitung fortsetzen. So. Die Tür ist auf. Und meine Güte, die Lageeinheiten auch. Lauf! Ich bin bereit. Und wie steht es bei dir? Was? Ach so. Die andere Seite, ne? Ja. Möglichst keinen Fehler machen. 3.179 Menschen abgegradet. Verarbeitung wird fortgesetzt. Ein Dringling hat Termionische Brücke 1 reaktiviert. Sicherheitssysteme verstärken. Verarbeitungseffizienz wird neu berechnet. Termionische Vektoren werden neu berechnet. Herneffizienz ansteigend. Ich muss ja einfach nur drauf schießen. Das ist schon offen. Ich muss das Ganze ja mit meinem... Es ist schon offen. Ich bin doof. Es ist offen. Träsen Sie ein. Kommen Sie raus. Gucken. Ich wollte das eher eigentlich wollen. Komm mal rein. Dann sind Sie raus. Genau. Verarbeitungseffizienz kompromittiert. Neu berechnen. Neu berechnen. Ei, ei, ei. Sie sind aufgewacht. Wir sollten wegrennen. Ne. Also ich wollte die Krab begrüßen. Ich bin bei meinem. Ich auch. What the fuck. Das weiße Teil... Termionischer Kern läuft bei 96% Effizienz. Rekalibrieren. Rekalibrieren. Und darf nicht von den roten Punkten getroffen werden. Fertig. Ach so. Ja, ich hätte mal sehen sollen, dass ich das auch bewegen muss. Weil ich... Was? Auf der Spur war doch... Oh ne, auf der Spur war einig. Ja, scheiße. Ich hab... Das ist nicht verstanden. Jetzt hast du es verstanden, oder? Ja, ne, das Problem war... Oh, Rennen! Wo kommt die denn her? Also mit euch hab ich ja mal gar nicht gerechnet. Müssen wir das mit den Brücken nochmal neu machen? Ja. Ja. 3179 Menschen abgegradet. Verarbeitung wird fortgesetzt. Ach so. Alter. Das ging doch in der Leicht. Einbringling hat termionische Brücke 1 reaktiviert. Sicherheitssysteme verstärken. Verarbeitungseffizienz wird neu berechnet. Ach so, ja. Zack, 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 hoch, hoch, hoch. Und durch. Durch, durch. Zack. Mau. Komm, wir haben den Namen zu werfen. Schwadron wiederbeleben. Oh, River. Verarbeitungseffizienz kompromittiert. Neu berechnen. Neu berechnen. Sie sind aufgewacht. Wir sollten wegrennen. Die haben wir dem Namen wahrscheinlich noch an das gedacht. Uh. Ja. Ich glaub, das ist echt so. Das ist ein Ungeziefer. Äh. Termionischer Kern läuft bei 96% Effizienz. Rekalibrieren. Rekalibrieren. Fertig. Fertig. Ach, sehr schön. Einbringling hat termionische Brücke 2 reaktiviert. Sicherheitssystem auf Höchststufe. Ah, oh, hier tiefer. Verarbeitungseffizienz sinkt. Neu berechnen. Neu berechnen. Ui, 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 ui. Und noch einmal. Oh Gott. Ach, was ist das? Okay. Damit kann ich leben. 3.809 Menschen abgegradet. Verarbeitung wird fortgesetzt. Oh mein Gott. Hi. Hi. Hui. Sicherheitssysteme ineffektiv. Der Cyberplaner. Da. Im Schiffskern. Der Schiffskern überträgt termionische Energie in die ganze Fabrik. Wenn wir die Steuerung über und unter dem Kern erreichen können, können wir ihn überladen und den Cyberplaner mitsamt dem Schiff zerstören. Hast du nicht etwas vergessen? Höchstwahrscheinlich. Ich habe eine Kunst daraus gemacht, Dinge zu vergessen. Die Cybermen, die Cybermats und noch dazu jedes andere Cyberdings zwischen uns und der Steuerung. Ach komm schon, River. Das wird kinderleicht. Was ist das? Da oben beim... Vielen Dank.